willkommen zurück zur folge 876 so wir haben in der letzten folge was haben wir gemacht eigentlich werden wir ein bisschen einsortieren was haben wir hier noch ein paar bienenester erst die frage was wir mit diesem bienenester machen wir sortieren zumindest schon mal die zwei hier weiter ein und das wärs dann das heißt die bienenests kommen hier rein wir nehmen noch die zwei schalker kisten und tun die hier in die ender kiste rein schmeißen den bogen mal in die ecke da wurde hingehört bett haben wir dabei und wir gehen ab in die leder wir wollen eigentlich gar nicht so weit weg genau sollte ich mal aus wir wollen eigentlich gar nicht so weit weg aber wir wollen halt schon mal wieder dahin wo wir von ewig nicht mehr waren und so hier haben wir nämlich schöne abkürzung hier können wir nämlich tatsächlich einmal schön durch die netter läuft auch eine kätzchen wunderbar so wir waren schon ewig nicht mehr in die netter warte mal jetzt habe ich egal dass wir schon mal an das man sollte und wir können die ender bellen mal da reinschmeißen braun mit überhaupt eigentlich nicht so wir waren wir waren nicht stehen geblieben sondern wir haben die möglichkeit wir müssen alles überlegen wo haben wir überhaupt so schnell zum sumpf wollen wir nicht zum sumpf wollen wir nicht was haben wir hier wüste genau wüste wollen wir hin da gehen wir hin und gucken mal was unsere erwartet das ist tag wäre das gedacht wir haben auch keine raketen dabei wäre das auch gedacht lustig aber wir waren ja irgendwo das können wir nämlich mal gucken wo wir hier tatsächlich dann wo wir dann tatsächlich war sie zuletzt waren beim farm dafür haben wir als auch relativ am anfang letzter folge die die schaufel hier mitgenommen weil wir wollen ja gerne alles hier ab und wir hatten gesagt das letzte mal ja also irgendwann wir können ruhig die schaufel mitnehmen aber hier ist tatsächlich sogar schon alles abgegrast sehe ich gerade also abgegrast tatsächlich abgefarmt wir müssen mal gucken wo wir hier unser assist wie wir das hier gehabt haben dass wir hier so ein bisschen das mitnehmen so ein bisschen das mitnehmen so also gut wir könnten jetzt tatsächlich auch hier einfach hier irgendwo so was machen wunderbar das sind wir auch so also müssen wir mal gucken wie wir das jetzt wunderbar hier so hinkriegen so wunderbar so wunderschön 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 ja und so brauchen wir jetzt auf jeden fall wieder bisschen sand weil wir wollen nämlich ein bisschen was machen mit dem sand also der sand soll halt nicht zu glas werden sondern der sand soll zu einer wand werden denn irgendwann mal müssen wir uns ja einen guardian fahren bauen die wir uns irgendwann mal ja ich sag mal die wir mal irgendwann angefangen haben also ich weiß gar nicht wann wir da waren so diesen bereich fahren wir erstmal sandtechnisch weg genau haben wir eigentlich noch an ne haben wir nur effizienz drauf hätten wir noch anbrechen drauf hätten wir noch ein bisschen mehr gehabt davon aber eigentlich wäre es ja auch schade wenn wir die kaputt machen wir könnten die ja eigentlich noch zur niederreit verarbeiten aber nicht jetzt also wenn sie ganz bleibt dann ist das okay also wir brauchen auch unser bettchen hier bett bett nehmen wir dann auch gleich direkt mit wir können nur in der nacht schlafen das ist schön das freut mich dass wir nur in der nacht schlafen können so und hier haben wir dann jetzt die erste nacht in der wüste wieder wir wollen nämlich wieder ein paar schalker kisten mitnehmen zumindest diese fläche einmal erreichen so das ganze hier gerade mal abbauen so jetzt müssen wir mal gucken hier sind wir noch zu hause das heißt hier können wir abbauen hier können wir abbauen dass wir hier auf jeden fall das können wir wegnehmen das auch den sand mitnehmen den wir uns so leicht also den wir halt mitnehmen können ohne dass wir da jetzt hier großartig irgendwo in den sand reingraben sollten wir wir gucken das können wir tatsächlich mal von oben machen dass wir hier so diesem diese grenze irgendwo ne da nicht mal kurz markieren wunderschön 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 so nö nein 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 da braucht man hier einfach mehr ab wie man will das ist doof das ist doof das ist doof so wie wir Ja gut, wir sind ja gleich dann einmal runde. Dann gehen wir erstmal gleich einmal kurz alles einsammeln. Und dann wäre das auch grün. Erledigt. Wir brauchen hier den Sand. Wunderbar. Den können wir noch abbauen, den können wir abbauen. Hier ist ja jetzt auch wieder Gras. Da müssen wir gut aufpassen, dass wir hier nicht zu viele wieder von der Erde abbauen. Die brauchen wir nämlich aktuell nicht. Was haben wir denn hier? Hier ist nämlich auch wieder genügend, was wir hier abbauen können, so da ist. Ist auch nur, jetzt ist die Frage, ist hier hinter Sanderde? Ne, ist gar nichts da. Also, wir können wir ruhig so schön wunderbar das abbauen. So, jetzt müssen wir mal kurz zurückgehen, dass wir die Items hier einsammeln, sonst sind sie gleich weg. Und das wäre sehr schade bezüglich den Items. Weil wir bauen sie hier ab, weil wir sie brauchen und nicht, nicht, weil, ja, damit wir sie wegschmeißen können. Also hier können wir das auch gerade abbauen, dann können wir hier gerade gucken. Ah, hier waren wir. Ja, okay. Hier ist dann schon mal das. Okay, gut, dann können wir nämlich hier wieder die Runde zurückgehen. Wir haben schon fast 1000 Sand abgehauen, oder was? Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also können wir wenigstens hier, äh, das Ganze hier nähen. So, was haben wir da auch nur, auch nur Sand zu gucken, jetzt sind wir sogar quasi einmal rund. Äh, ja, da kann man nämlich gucken, ähm, wie wir das am sinnigsten hier gestalten. Ich dachte schon gerade, da wird einfach ein bisschen, ein bisschen was hier, hinbebaut werden, äh, ja, okay. So, hier, das können wir, warte mal, die können wir noch mit abbauen. Und dann können wir hier das hier noch mit abbauen. So, und das können wir jetzt hier wild einfach abbauen, so dass das alles schön runter ploppt, ne? Das auch natürlich, hier sind auch noch, dafür nicht vergessen, also ich meine, es sind nur so einzelne Sandblöcke, aber jeder Block ist es wert, den wir hier abbauen können. Wunderbar. So, so, wo sitzen wir hier in die Richtung? Ach, wir haben keinen Platz zum Mitteln da. Naja, das ist ja doof. Das ist ja doof, halt mal, da müssen wir mal kurz gucken. Äh, wir hatten irgendwo hier hinten noch ein paar Kakteen. Ich würde sagen, wir setzen den einfach mal mit da hin, und dann können wir die nämlich irgendwann später mal holen. Wenn wir sie brauchen. Ach, mein gut, wir haben ja noch genug Schalker-Boxen da. Ja, schon wieder 14 Stück hier. Und, äh, jo. Ein, ein Wunderig Trader ohne Dings. Ja, gut, die sind, äh, diese sind, äh, sind, ja. Ich glaube, wir wollen, wir wollen, wenn wir eine leere Schalker-Box nehmen, und schmeißen da mal was rein. Ja, auf jeden Fall, äh, ist das eine schöne Sache, ne? Also, ja, Sand brauchen wir immer. So ist das, wenn man von Menschen genervt wird. Nein, Spaß. Äh, ja, wir waren hier stehen, wirklich mal im Sand farmen. Wir nehmen mal hier mit, alles, was wir kriegen können. Werden wir tatsächlich hier abbauen. Wunderbar. Komm ich da nicht dran. Wo soll das denn? Das geht doch gar nicht, dass ich da nicht da reinkomme. Das ist doch, hier sollte doch verboten sein. Warte schon, das war nur so ein, ja, so ein, äh, Kaktus sag ich schon, so ein grüner, grüner Busch, ne, wollte ich schon sagen, so ein Toderbusch. So, Sand nehmen wir natürlich gerne mit. Das ist ja das, was wir hier machen wollen. So, jetzt das Ganze hier. Mmh. So weit, so weit wollten wir jetzt auch nicht, ne? Wollte eigentlich nur bis hierhin. Und das Ganze dann einmal abbauen. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, und das Ganze hier dann auch noch mitnehmen. So, was haben wir denn auch ein bisschen Platz haben wir noch da? Wofür haben wir nicht Fackel gemacht? Weiß das noch jemand? Ich hab keine Ahnung mehr. Wir haben Fackel da, wir haben sie nur noch nicht verwendet, ne? Ich dachte, wir wollen hier das ausgleichen, aber irgendwie hatte ich das so ein bisschen falsch in Erinnerung, ne? Aber gut. Dann müssen wir halt gucken, was wir damit vorhaben. So, hier können wir nämlich jetzt hier diese, das hier abbauen. Wunderbar. Und hier, guck mal, können wir auch nochmal einmal durchgehen. Das machen wir noch. Bis hierhin, genau. Bis dahin, genau. Und einmal alles abbauen. Machen wir dieses, diesen, diesen, äh, Klotz, sei schon diesen. Was haben wir denn da noch? Fertig? 31. 27. Äh, ja, dann haben wir quasi eine Dia-Schaufel abgebaut und dabei bleibt's auch. Wir haben auch gar nicht, ach doch, wir haben noch eine Schaufel da, okay. Ich dachte schon, wir hätten die erstmal reparieren müssen, ne? Aber das ist jetzt zum Glück nicht so. So, wir haben, dann kommen wir mit, kommen wir mit diesem Bereich tatsächlich hier fertig. So, das weg hier genau, wunderbar. So, an den Sand hier weg. Was haben wir denn hier noch stehen? An den Sand. So, hier, guck mal, ich stehe sogar noch in unserem Bett. Das dürfen wir gar nicht vergessen. Das müssten wir auch mal mitnehmen. Wunderbar, dann haben wir doch hier schon mal wieder einen größeren Bereich abgehakt und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Lasst mal positive Bewertungen, da auch ein Abo und ja, seid mal gespannt, wofür ich das ganze Sand farme. Bis zur nächsten Folge. Tschau Leute.